Das ist der Rasneer Reporter vom TBW NET WÜRELOS. Heute sind wir ganz weit gefahren. Heute sind wir auf Mainz, zum unseren Silvan Wittmer, aktuellen Nazi-Spieler bei der Schweizer Nazi und natürlich Teamleader oder Team-Spieler hier bei FSV Mainz. Heute im Match gegen Arminia Bielefeld. Wir gehen ihn besuchen, tun aber auch ein paar Eindrücke von dem Stadion und der Fans mitnehmen. Viel Vergnügen und viel Spass. Kommen Sie doch mit! Wie heißt du? Bist du ein Fan von Mainz? Ja, absolut. Anton mein Name. Moin. Ah ja, und du bist ein großer Fan. Du kennst auch die Spieler von Mainz. Wer ist der Beste? Der allerbeste ist aktuell Onisivo und Zentner, der Torwart. Aber Wittmer finde ich auch super stark. Und Silvan, war der zufrieden mit dem Transfer? Total. Also das ist bisher für mich der Transfer eigentlich des Jahres, weil Da Costa ist gegangen aus der Laie nach Frankfurt und Wittmer wiedergekommen. Der macht den Job perfekt. Richtig gut. Dann erwarten wir heute ein Tor von ihm und dann sowieso. Hoffentlich. So wie das gegen Gladbach. Das war schon mega in der Hinrunde. Wenn er so eins schiesst, dann bin ich definitiv froh. Auf jeden Fall. Ein gutes Spiel. Danke vielmals. Ebenfalls. Dankeschön. Tschüss. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wir sind vom Wirlos von Mainz von Silvan Wittmer. Ich war Präsident beim Fussballclub. Und wir sind heute zu einem kleinen Fernsektor von meinem Wohnort von Wirlos. Wie kennen Sie ihn jetzt, Willian? Herzlich willkommen in Mainz. Ja, sehr schön. Kennen Sie Silvan Wittmer? Ja. Von ihm. Haben wir ihn gleich gesehen? Oh, auf der Wind, Wind, Wind. Ja, sehr gut. Hat er das unterschrieben? Sehr gut. Ja, genau. Sehr gut. Der Wittmer. Ja, genau. Ah, sehr gut. Ja, sehr gut. Und wie läuft es mit dem FSV Mainz? Sind Sie zufrieden? Total zufrieden. Hat sich super eingelebt. Passt total ins Team. Ja. Also ganz super, finde ich. Unsere Vereinsfragen Wirlos sind auch rot-weiss. Hier habt ihr auch rot-weiss. Kann nur gut gehen. Das passt, ne? Gutes Spiel und gute Geschäfte. Ja, euch auch. Viel Spass in Mainz, ne? Danke. Was machst du jetzt? Wir gewinnen heute mit Silvan Wittmer. Ja, ja, ja. Denkst du, er wird gewinnen? Wer gewinnt? Und er schiesst ein Tor. Ein Kopftor. Okay. Ich bin ganz sicher. Gut. Hallo. 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 Hallekamer. Hallo. Hallo. Alles gut. Hallo. Hallo. Ich bin ganz sicher. Musik Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wichtig ist, dass man sich keine Grenzen setzt, dass man realistisch ist, aber auch sich hohe Ziele steckt. Die Mannschaften, die vor uns sind, haben nicht das Gefühl, dass sie viel besser sind als wir. Dass wir uns verstecken müssen, das sowieso nicht. Darum brauchst du raus, versuche möglichst viele Punkte zu sammeln und dann schauen wir, wo die Reise diese Saison herführt. Ja, gestern Mainz, nächstes Wochenende Wembley, Schweizer Nazi. Schweizer Nazi, ich weiss, das steht dir auch sehr nahe, es war nicht immer einfach für dich. Es standen viele Spieler vor dir, zum Teil im letzten Moment nicht selektiert worden. Jetzt bist du dabei. Was ist der Unterschied von Mainz und der Nazi? Eigentlich gibt es viele Parallele. In der Nazi sind wir auch wirklich wie eine grosse Familie. Alle freuen sich wieder auf den Zusammenzug. Wir haben gemeinsame Ziele, die wir erreichen möchten. Wir haben auch dort eine super homogene Truppe. Es macht Spass, auf dem Platz zu stehen, zwar nicht nur am Spiel, sondern in jedem Training. Auch mit dem Murad Yakin ist es wirklich super. Er ist sehr offen, kommunikativ. Auch er versucht, sich stetig weiterzuentwickeln, sich zu verbessern und versucht, die Mannschaften besser zu machen. Ich freue mich jetzt auf diese Woche. Es tut auch mal gut, eine neue Umgebung inzukommen. Alte Bekannte wieder zu treffen, andere Gesprächshemen zu führen. Das tut immer gut. Darauf freue ich mich sehr. Du bist in der Nazi auch schon erfolgreich als Goalschützer. Du schiesst nicht nur so viele Goals, aber die ganz schöne und ganz wichtige. Welches ist dir das wichtigste oder schönste Golf? Ich kann ja auch bei Würelos gewesen sein. Ich habe sicher auch viele schöne Goalschüsse in Würelos. Aber ich glaube, von der Wichtigkeit her nicht zu vergleichen mit denen, die ich im Moment schiesse. Die schönsten zwei waren wahrscheinlich das gegen Gladbach, gegen Jan Sommer und das gegen Italien. Und noch ein bisschen wichtiger war sicher das gegen Italien. In diesem Moment ist einem das vielleicht nicht bewusst. Aber im Nachhinein hat uns das Goal ja dann zur direkten Qualifikation an die WM verholfen. Gut, bevor wir zum zweiten Teil kommen. Jan Sommer gerade noch rasch. Warst du ein bisschen böse auf das? Oder hast du einen ähnlichen Typ wie du? Ich glaube, ihr versteht euch wahrscheinlich recht gut und ihr hättet wahrscheinlich auch gewonnen. Obwohl es wahrscheinlich ein bisschen gefuchsen hat, dass der eine ist. Ja, es ist genau so, wie du sagst. Also wir verstehen uns sehr gut. Und er ist dann nach dem Spiel noch auf dem Platz, ist er auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Und ich habe gesehen, manchmal ist es mein Ernst. Nein, er hat dann, glaube ich, im Interview nach dem Spiel gesagt, er bekomme ich nicht gerne einen Goal, aber wir mögen es gönnen. Und das zeigt natürlich auch, was für einen grossartigen Charakter er hat. Und ja, mir ist egal, wer in den Goalschiessen geht. Er ist ein guter Freund von mir, aber ich habe keinen Rücksicht. Super, danke vielmals, Silvan. Gehen wir noch weiter. Gut. Super. Silvan, da stehen wir im neuen Stadion von MSV Mürrlo, ein rot-weiss. So schöne Stadion haben wir zwar nicht, aber es passt wieder. Rot-weiss hier in Mainz, ein wunderschönes Stadion, aber das ist nicht unser Hauptstadion. Wo sind wir da? Da sind wir jetzt im Bruchweg-Stadion. Da ist unser Trainingsgelände, unsere Kabine, wo wir uns eigentlich täglich umziehen und trainieren. Das Stadion war, glaube ich, bis vor elf Jahren, das Hauptstadion von Mainz. Und ja, dann haben sie sich entschieden, ein neues zu bauen. Und das, obwohl ich es schön finde, auch von der Grösse super, ist jetzt nur noch eine zweite Wahl. Das Wyrloos, das alles angefangen hat, hast ja Urs Becken als Trainer gehabt, dort warst du noch Stürmer, hast du noch viele Goals geschossen. Wer hat dir das Goalschiesser beigebracht, oder ist das einfach im Blut drin? Ja, nein. Also, ich habe es schon im Blut, ja. Aber ich glaube, Trainer spielen eine wichtige Rolle. Ja, den Urs hatte ich zwei, drei Jahre als Trainer. Bei ihm habe ich viel gelernt. Den Jaki hatte ich als Trainer, den Dino. Spitze, Hans Wetter, ja wer? Ja, genau. Ja, genau, ja, genau. Wer gibt es noch? Gute Messung eigentlich. Ja, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden. Aber ja, ich konnte von allen natürlich etwas lernen. Damals ist noch der Spass im Vordergrund gestanden, ist ja klar. Aber ja, ich habe viele Goals geschossen und viel Spass gehabt. Und ja, das sind Zeiten, die ich nie mehr wieder vergessen werde. Schön. Und danach bist du natürlich auch entdeckt worden. Respektiv, du hast ja gemerkt, dass es weitergeht. Bist du dann weitergegangen in die Stationen. Und wann oder wo ist der Moment gekommen, dass du vom Stürmer zum Verteidigen geworden bist? Das war, also ich war dann irgendwann mal Flügel. Weil ich halt einfach sehr schnell war, hat es dann geheißen, du spielst jetzt mal auf dem Flügel. Und dann bin ich etwa 16. Da bin ich schon beim Team Aargau gewesen. Ich glaube in 2016 oder 2018. Wo man dann gesagt hat, du hast auch defensiv Qualitäten, du kannst Spiele eigentlich einigermassen gut lesen. Probieren wir doch den Aussenverteidiger mal aus. Und im Nachhinein muss ich sagen, bin ich sehr glücklich über diese Entscheidung. Weil ich finde es eine geniale Position. Du musst als Aussenverteidiger eigentlich alles beherrschen. Du musst gut verteidigen, gut angreifen, gute Flanken schlagen können. Es wird auch verlangt, ab und zu mal das Goal zu schiessen. Du musst gute Konditionen haben, gute Grundschnelligkeit. Und ja, das bringe ich zum Glück alles mit. Und dann ist der Weg weitergegangen. Mit den Araben wurde ich auch noch Meister, aufgestiegen. Und über Udiné, also Basel wieder zurück, bist du in Mainz gelandet. Mir ist immer aufgefallen, du bist ein Typ, bei dir muss einfach alles stimmen. Du bist sehr fokussiert, aber dir muss auch das Umfeld stimmen. Ist das ein Teil von deinem Erfolg, dass du das so weit gebracht hast, wo vielleicht ein Junioren jetzt von uns auch profitieren können, wo man einfach mal auf solche Sachen schauen muss, dann kann man es auch so erreichen, wie du es erreicht hast. Ja, natürlich. Das Umfeld ist mega wichtig. Ich kann so viel Kraft tanken, wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe. Vor allem nach Niederlagen, nach schwierigen Phasen, auch Verletzungen. Ich bin jetzt zum Glück schon seit über einem Jahr absolut verletzungsfrei und kann jedes Spiel durchspielen. Aber Verletzungen gehören dazu, zum Sport, zum Fussball. Das sind Momente, in denen man niedergeschlagen ist, in denen man Aufmunterung und Ablenkung braucht. Ich bin froh, dass ich so eine tolle Familie habe, die mir das alles geben kann, die mir Kraft in diesen Momenten gibt. Einen grossen Teil meines heutigen Erfolges verdanke ich auch ihnen. Wenn du zurückgeschaut hast, hast du dort noch Kontakt zu den Spielern oder zum Dorf? Wie weit ist der Kontakt noch zu Virenloos? Ja, natürlich habe ich noch Kontakt. Mein Papi wohnt ja noch in Virenloos. Gott, haben wir uns bei Biken, sehr stark. Ja, ich weiss, das hat er auch erzählt. Eigentlich mein bester Kollege, Fabian Schmid, wohnt noch in Virenloos. Ich habe noch Kontakt ab und zu mit Dario Hardegger, mit Cedric Maier noch ab und zu Kontakt. Das sind die, die jetzt noch geblieben sind. Und das ist klar, Virenloos ist das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, in dem ich meine ersten 20 Jahre von meinem Leben verbracht habe. Und es ist immer cool, wenn ich wieder dort bin und auch gesehen habe, wie sich das Dorf, wenn er nicht mehr so klein ist, stetig entwickelt. Und ja, ich bin immer wieder gerne dort. Wenn wir den Namen Frey ins Maul nehmen, was bedeutet der Name Frey? Hat der eine gewisse Bedeutung für dich? Ja, stimmt. Ich kenne viel Frey. Fabian Frey ist ein enger Kollege von mir. Alex Frey war kurz trennen bei mir in Basel, nur interimistisch, aber er war ein Teil von meinem Abenteuer in Basel. Ich habe mit Michi Frey lange in der Nationalmannschaft zusammengespielt, in der Junioren-Nationalmannschaft. Habe ich aber vergessen? Ja, dich natürlich. Ich glaube, that's it. Michi Frey ist das Thema, wenn er Kiste nach Kiste in Belgien schiesst. Wünschtest du ihn eher zurück? Natürlich muss er den Nationalmann-Trainer entscheiden. Aber vom Typ her reisst er schon, oder? Ja, er ist einer, der die Mannschaft mitreissen kann. Er ist sehr lustiger. Ein spezieller, aber ich meine nicht negativ. Er ist einfach anders als viele andere. Er ist sehr ehrlich, mega ehrgeizig. Klar, der Trainer macht seine Entscheidungen, macht sein Aufgebot und er wird sich schon seine Gedanken darüber gemacht haben. Aber Michi Frey ist sicher auch einer, der zum erweiterten Kreis gehört. Kennst du Silvan Wittmer? Das Spiel? Ja. Ja, super Spiel. Super Spiel. Ist zu jedem Match hier dabei? Ich bin zufrieden. Wir haben 4-0 gewonnen. Silvan hat ein gutes Spiel gemacht. Drei Penalty, einen Pass hat er gegeben. Super. Was willst du mehr? Bei jedem Spiel dabei? Ja, klar. Sicher. Super Fans hat er da. Ja, super Fans. Und Silvan? War schon besser? Oder war gut? In Mainz ist immer eine gute Stimmung und vor allem der Wittmer, der tut uns richtig gut auf der rechten Seite. Das stimmt, ja. Der ist ein überragender rechter Aussenspieler, wie der Ackert, wie der Fussballer richtig aktiv ist. Das ist einfach einer für die Mainzer und da bin wir richtig froh, dass wir den haben. Dann sind wir auch froh, dass er bei euch gut gelandet ist. Ja, überragend. Überragend. Das freut mich auch für ihn. Super. Schöne Fassnacht. Fassnacht ist auch vorbei. Dankeschön. Wie am Rio Grande sein. Kann genauso schön, kann genauso schön wie am Rio Grande sein. Und äh, und äh, Fiesta, Fiesta hier am Rhein. Kann genauso schön, kann genauso schön wie am Rio Grande sein. Kann genauso schön, kann genauso schön wie am Rio Grande sein. Wie war das Spiel bei euch? Super was. Super. Bist du immer am Spiel da in Mainz? Ne, das immer. Das erste Mal? Ne, ne, schon öfter, ja. Habt ihr auch etwas gefroren oder war das Spiel so heiß? Das Spiel war heiß, also, aber war ein geiles Spiel. Wir haben die Elfer direkt vor uns gesehen. Also hat Spass gemacht. Super. Alle Elfmeter gerecht? Äh, die ersten zwei auf jeden Fall. Am dritten habe ich nicht genau gesehen, aber ich nehme es mit. Aber ihr habt eine tolle Stimmung hier im Stadion und einen guten Fanklub. Das ist sehr schön hier Fussball zu schauen. Ja, immer. Ja, so. Sollen wir wiederkommen? Ja, immer. Gut, wir kommen wieder. Danke vielmals. Tschüss. Ciao. Und Silvan wird mal an den Gucken gespielt? Ja, immer. Danke. Danke. Bitte. Bitte. So, hier hinten ist das SWR. Ja, das Konkurrenzfernsehen der ZF. Und jetzt sind wir hier mit Silvan. Silvan, wir kommen eigentlich schon zum Schluss. Und ich habe eigentlich nur noch die schöne Ehre, dir ganz liebe Grüße mitzubringen. Aus Würelos. Einerseits natürlich vom Verein. Mit dem Wimpel, von den wichtigsten Leuten hier. Und natürlich hinten drauf auch noch der Gärtnermeister. Und dann haben wir gestern noch den George mit der ganz neuen CD. Mit Schweizer Lied. Das ist ein Bauernsohn aus dem Seeland. Und liebe Grüße auch von ihm. Er ist auch ein grosser Fan von dir. Natürlich vom Schlueperolf. Alles Gute. Danke. Und dann geht es noch weiter. Ja, einer der ersten Trainer, der die Kinder sehr gerne gehabt hat. Der hat natürlich jetzt auch sehr viel verfolgt. Der hat mit dir auch mal Udinese angeschaut. Und das hat dir auch alles Gute gewünscht. Danke. Und mir persönlich auch. Das bringt die Assistentin gerade mit. Das Körbli für deine Frau mit dem Honig. Und Oster steht gleich vor der Tür. Schweizer Schocki. Das heisst nicht immer. Ja. Du kannst jetzt hierher kommen. Das ist für die Familie. Sicher? Ja. Mit der Kammer ist immer Schlitzer. Ja. Hier schönes Blümeli. Und hier Osterhäschen. Danke vielmals. Und das kannst du auch mit der Frau noch geniessen. Und das den Kindern gerne. Die Kinder sind noch ein bisschen. Du musst auch sie auch du essen. Ja, ja. Aber das ist kein Müse. Es ist ein Dörfchen. Danke vielmals. Eieiei. Und wenn wir gerade bei Rot-Weiss sind. Ich habe hier so ein wunderschönes Trick bekommen von dir. Eben seist ihr Kollegen hier in Nazi. Vielen herzlichen Dank. Ich hätte mega Freude. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ihr einen riesen Erfolg habt. Sollte ich dir das letzte Wort noch geben. Was möchtest du unseren Zuschauerinnen vom Rasenreporter von Würrlosen mitgeben? Oder den jungen Fans auf den Weg geben? Ja, einen lieben Gruesse an alle Würrlosen, die das jetzt schauen. Es hat Spass gemacht mit dir, Güx. Und ja, allen jungen Borsten, und Mädchen, die Fussball spielen, geben Gas. Aber sie haben Spass am Fussball. Ich habe auch so angefangen. Ich wollte jeden Tag gut shooten. Sei es im Garten, bei uns zuhause oder auf dem Ländchen. Ja, so hat es angefangen. Und ja, glaubt daran. Aber wie gesagt, Spass ist das Wichtigste. Und wer weiss, wo dann den Weg noch hinführt. Und bei mir hat es zum Glück gelangt, bis ganz nach oben. Und darauf bin ich sehr stolz. Wenn du einen Volksgeraden brauchst, dann musst du einfach mehr anrufen. Dann kommen wir mal nachschauen, dann gewinnen wir die Vierne. Das hast du gut gemacht. Also alles Gute, Silvan. Toi, toi, toi. Und danke für die Zeit, dass du gehst. Du hast die Hand mehr frei. Alles Gute. Danke. Danke. Merci. Danke. 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 Danke.